Wollt ihr beiden Schnecke noch mit? Ihr seid zu dritt? Seid ihr zu dritt? Nee, ich sehe aber drei Personen, ihr seid nicht. Achtung, gut. Ladies and Gentlemen, welcome to the Power Tower. Sit down and get you to your room. Sooo, schön. Auf Händchen halten an Bord. Wie romantisch. Die Damen drücken immer so zu, wenn die Gondel zum ersten Mal runterfällt, dann gibt es eine 1er-Mittel-Anfaktur. Aber wenn ihr so verkuschelt seid, dann machen wir euch jetzt ganz romantische Musik. Pass mal auf. Wir machen jetzt ganz romantisch. Ganz verkuschelt. Honeymoon in Trinidad. Wir machen ganz romantisch. Ja, doch in the sky. Da haben wir geparkt. Da haben wir geparkt halt. Was? Da haben wir geparkt. Wo? Und da an dem Kran? Ja, das ist ungefähr da an dem Vodafone. Ich sehe das nicht ohne Brille. Was weißt du überhaupt? Ja, das ist hoch aus da hinten. Ah! Da hinten ist Flasher. Wuhu! Geiler Scheiß! Meine Haare! Ja! Da hinten ist der Flughafen. Wohin? Ja, da war ich heute auch. Wuhu! 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 Geisterstadt. Wuhu! 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 Rrrrriho! Jaha! Hebe! Juhu! Nochmal! 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 Er freut sich! Jetzt ist es vorbei! Ihr habt es geschafft! Die Mühe rechnen sich automatisch, wenn ihr oben seid! Juhu! Man hat uns gesehen! Nein! Juhu! 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 Und schon seid ihr wieder zurück. Ihr habt es geschafft, das Elend hat ein Ende. Ich sage Dankeschön und Widerschütz. Links und rechts, nach hinten und nach vorne, bitte jeweils an den Seiten. Da geht's raus.